Herzlich Willkommen direkt aus der Firma Krikow. Ich präsentiere euch heute das Modell Ultra. Das Modell Ultra bieten wir in drei verschiedenen Varianten an. Einmal als Borgstutzen, als Bockbüchsflinte und als Bockdoppelbüchse. Grundsätzlich ist die Ultra mit einem nussbaren Wurzelholzschaft ausgestattet mit der bayerischen Backe und der schönen Doppelfalz. Wir haben ein Zweischlosssystem mit Doppelabzug. Unsere Kombihandspannung ist natürlich wieder verbaut für maximale Sicherheit. Das System ist aus Stahl und die Läufe sind bei der Bockdoppelbüchse 60 cm und bei der Bockbüchsflinte sowie Borgstutzen standardmäßig 55 cm. Wir bieten das Modell Ultra in der Variante Bockbüchsflinte im Schrotkaliber 2076 und Kugelkaliber 6,5 bis 9,3 x 74R an. In der Bockdoppelbüchse bieten wir die Kaliber 7 mm bis 9,3 x 74R an und im Borgstutzen bieten wir die Kaliber 222 bis 9,3 x 74R an. Auch bei der Ultra habt ihr nachträglich die Möglichkeit Wechselläufe einpassen zu lassen, um zum Beispiel aus einem Borgstutzen eine Bockdoppelbüchse für die Drückjagd zu machen oder eine Bockbüchsflinte für das heimische Niederwildrevier. Kommen wir nochmal zu den Läufen der Ultra. Diese sind bei uns standardmäßig taumostabil, sprich freischwingend und somit wird das sogenannte Klettern auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich haben wir hier an den Läufen die Drehpunktradialverstellung. Hier kann ich ganz einfach die Läufe in der vertikalen und in der horizontalen zueinander verstellen. Im vorderen Teil der thermostabilen Läufe kann optional eine Laufblende aus Stahl eingepasst werden. Somit sieht die Waffe schön traditionell verlötet aus und ich genieße alle Vorteile der thermostabilen Läufe. Bei diesem Borgstutzen haben wir noch zwei interessante technische Features verbaut. Zum einen im hinteren Abzug den zweiten französischen Stecher und die optionale Entstechautomatik. Diese funktionieren wie folgt. Ich spanne die Waffe, steche jetzt mal untypisch beide Stecher ein. Wenn ich jetzt keinen Schuss abgebe, kann ich die Waffe entspannen und während des Entspannvorgangs werden auch beide Abzüge entstochen. Auch bei Modell Ultra habt ihr die Möglichkeit dieses zu individualisieren, indem ihr zwischen verschiedenen Holzkategorien wählen könnt. Natürlich auch wiederum gerne Maßschäfte im Haus. Das System könnt ihr mit oder ohne Seitenplatten wählen. Die Gravuren gehen von Standard bis Einzelanfertigungen. Die Gravuren an sich selber können wieder mit verschiedenen Finish veredelt werden. Entweder vernickeln, nitrieren oder brünieren. Ein weiteres technisches Feature sind unsere verschiedenen Abzüge. Der Standardabzug ist der Doppelabzug mit Schussfolge unterer Lauf, oberer Lauf. Dann ein weiteres Spezial ist der 1-2-Abzug. Hier ist es wie folgt, dass ich beide Kugelläufe in Schussfolge unterer Lauf, oberer Lauf mit dem vorderen Abzug abfeuern kann. Ihr könnt natürlich aber auch einen reinen Einabzug verbauen lassen und somit haben wir auch die Schussfolge unterer Lauf, oberer Lauf. Auch bei der Ultra sind alle Modelle standardmäßig mit der Fußplatte für die Brückenschwenkmontage ausgestattet. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, dürft ihr euch gerne an euren Fachhändler wenden. Ansonsten sind natürlich auch wir über das Internet erreichbar und wünschen euch alles Gute und weiterns Heil.